So, haben wir alle? Ja, sehr gut. Ich brauche immer noch ein Medipack. Wieso bin ich hier die Einzige, die die ganze Zeit die Zombies umbringt? Die Frauen müssen immer alles alleine machen, ne? Ist immer dasselbe. Na gut, weiter im Text. So, hast du ein Key dabei? Ah, super. Äh, ich glaube wir müssen da lang, ja. So, aktivieren. Jetzt müsst ihr normalerweise wieder ein bisschen vom Gas abgelassen werden. Ja, ist sehr gut. Weiter ab, nach unten. Kuckuck. Jemand da? Interagieren. Interagieren. Ah, wieder kein Key. Ist aber auch eine Sucherei hier. Ist ein bisschen eintönig gerade, ja. Das mal nett auszudrücken. Es gibt ja viele Games, wo man immer wieder im Prinzip die ganze Zeit irgendetwas suchen muss, um etwas zu aktivieren. Aber so, auf Dauer ist es dann doch ein bisschen langweilig. Aber wir werden sehen. Denke mal, das wird auf jeden Fall im Verlaufe des Kapitels noch besser werden. Also hoffe das auf jeden Fall sehr. So, hat der ein Key dabei? Nein. Oh, wow, 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 wow. Oh, wow, wow, wow. In der Nase, da oben liegt das Medipack. Oh, Mann. Kann mir bitte jemand helfen? Oh, ich habe keinen Bock zuzugucken. Nein, bitte. Hilfe. Hilfe. Okay, gut, das war es dann mit mir. Oh, nein. Eine Runde Mitleid. Ja, super, die haben den Key und liegt hier immer nach unten rum. Ah, wir müssen jetzt eine Minute warten. Ja, das ist ja noch angenehm, ne? Eine Minute. Hat jetzt irgendwie gedacht, dass wir erst im nächsten Kapitel wieder zurückkehren, aber eine Minute ist okay. Wir gucken mir den anderen einfach so lange zu. So, das hätten... Ah, bin wieder da. Sehr gut. Kampflinte. Ach, geht da mal weg, Leute. Der Medipack. Hallo. Wo sind denn die anderen? Ich bin hier ganz alleine. Leute. Wollte ich jetzt mal kurz hier meine Ausrüstung überprüfen in aller Ruhe und mir ein Pflaster verpassen. Oder besser gesagt eine Ladung Alkohol. Waren das alle? Glaube ja. Gut. Also Medipack ist keins mehr da. Kompakt-MP. Was haben wir hier? Karabiner nehmen wir mit. Ach, geht da mal weg. Ich bin wieder fast tot. Ja, wir müssen da rein. Ups. War irgendwie die letzte. Wow, 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 wow. Ja, wir müssen uns heilen. Etwas aus der Puste. So, was haben wir denn hier? Jetzt hat es die Karabiner dabei, die Flinte, aber leider keine Kettensäge mehr. Was müssen wir denn machen? Wir müssen nach oben. Oh mein Gott, die kommen alle von oben. Hilfe! Lauf, Claudette, lauf um dein Leben. Ui. Claudette hat sehr, sehr viel Ausdauer. Wow, wow, wow. Lauf doch, Mann. Jetzt hat die aber keine Ausdauer mehr. Moment, ich muss weg. Ja, auf jeden Fall. Weg hier. Nach mir die Sintflut. Und hoch mit dir, Claudette. Ich bin hier im Moment tot. Puh. Ich bin oben. Was mit den anderen? Ladna! Verdammt nochmal. Boah, sind die langsam. Moment, Minipack. Liegt die kein Minipack? Kommt alle nach oben, Leute. Ich bin besser bei den anderen geblieben, aber die sind auch so langsam. Moment, die Zombies laufen einfach an mir vorbei, oder? Ich mach jetzt mal gar nichts, geh einfach mal so hier in die Ecke. Was ist mit dem FASTA? Ja, wie? Musst du normalerweise BOOM machen. Oh, Leute, kommt doch hoch. Machen die da unten? Hier oben ist aber leider kein Minipack. Ich guck mir das Ganze jetzt mal von hier aus an. Das sieht doch gut aus. Ah, sehr gut. Alle da? Interagieren. Alles klar. Auf Wiedersehen. Hier irgendwo tolle Waffen. Ach, Minipack. Noch ein Minipack. Ich will aber noch eins. Ey, was ist denn hier los? Wo kommt die denn her? Ey, das ist doch unfair, Leute. Wer hätte denn erwartet, dass sie jetzt hinter dem Tor noch mal Zombies lauern? Also, nee, das hätte keiner erwartet. Und jetzt ist kein Minipack mehr da, aber erst mal die Muni auffüllen. Äh, was haben wir denn für Waffen? Wir haben noch die Flinte dabei. Kampfgewehr, ja, das nehmen wir mal. Nachladen. Können wir da rein? Nee, wir haben keinen C4. Ja gut, dann hier entlang. Finde einen Weg auf die andere Seite, alles klar. Wie? Einfach mit der Mahete draufhauen. Oh, hau voll gegen die Tür. Auch gut. Was sind die denn so aggressiv hier? Ey! Immer locker, immer sachte bleiben hier. Hallo? Ja, sehr gut. Wieder voll viel Leben verloren, aber ach, egal. So, dann geht's hier wieder nach oben. Aha, wir sind wieder beim Zug, sehr gut. Was müssen wir machen? Wieder irgendwas aktivieren, um wieder irgendeine Tür zu öffnen. Alles klar. Äh, Minipack, bitte. Ah, da. Was haben wir hier? Ui. Ah, wir müssen den Zug verteidigen. Okay, Moment. Kettensäge. Wir hatten hier aber noch irgendwo ein MG. Ah, da, was wir platzieren konnten. Sehr gut. Sonst noch irgendwas? Einfach mal voll draufhalten. Moment, rette den Fahrer. Wir müssen den Fahrer retten. Zombies wollen in den Zug und mitfahren, aber nein. Wir fahren alleine. Ey! Die Kettensäge, die Kettensäge, die bringt mir jetzt in diesem Moment absolut null. Wir müssen auf jeden Fall den Fahrer retten. Keine Ahnung, ob die anderen das auch mitbekommen haben, dass wir den Fahrer retten müssen. Verdammt, wir haben nur noch 20 Sekunden. Oh Leute, wieso machen die denn nichts da vorne? Oh Mann! Ja, was machen die denn da? Und einer ist rausgegangen, so wie es aussieht. Ja, die Zombies dringen in den Zug ein und töten den Fahrer, Leute. Legen wir jetzt alle hier? Oh nein, bitte! Nein, nein, nein! Oh nein, der Fahrer ist tot! Oh verdammt, was jetzt? Ja, wie in dieser Lage! Und nun? Können wir irgendwie einen Kontrollpunkt neu laden? Oder? Oh nein, der Fahrer ist tot! Ja, das war ja super Teamplay. Musste hier im Prinzip alles alleine machen. Ja, das kommt davon, wenn man einfach mit fremden Online-Playern zockt. Gut, mein Fehler, aber zu diesem Zeitpunkt sind gerade sehr, sehr wenige online. Und die Lobbys sind noch komplett leergefegt. Moment, wo landen wir denn jetzt hier überhaupt? Wird geladen! Ja, wie müssen wir jetzt von vorne anfangen? Mit Level Up haben wir auf jeden Fall bekommen, ja. Ein neues Upgrade, okay. Level Up für die Waffen, also ein paar Punkte mehr. Ja, wie? Nochmal von vorne mit Tunnelblick mit dem zweiten Kapitel? Ja, was soll das denn? Ah, das ist jetzt mega mies. Also jetzt alles von vorne zu machen? Nee, Leute. Das war überhaupt kein gutes Gameplay. Ich habe im Prinzip alles alleine gemacht. Aber das müsste ja im Prinzip das Ende auch von dem Kapitel gewesen sein. Aber ich werde mich jetzt erstmal eine Runde aufregen und dann hören wir uns einfach in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann, Leute! Also, bis dann, Leute! Untertitelung des ZDF, 2020